Hey, wo löst du denn, Herr Röhm? Was geht da denn so Neues? Verzähl uns jetzt. Was ist Neues hier? Ja, was geht da denn? Das ganz Neue? Das Allerneueste. Ich kann wieder laufen. Wieso warst du da krank gewesen? Wir haben sich erst den Führerschen abgenommen. Sag, Herr Röhm, wo ist du eventuell derjenige gewesen, der mit dem Schutzmann den Krach gehabt hätte? Wom hast du den Mann dann in der Buch getroffen? Schutzmann. Ja. Buch getroffen? Ja. Wann? Gestern. Gestern? Ja. Kann ich doch nicht dafür, wenn der Jägsisch platzt, ist er umdrein? Sag, da fällt mir was auf, der hätte doch jetzt der Führerschen aufgenommen. Führerschen, der ist doch weg. Der ist weg, ne? Aber jetzt musst du mit dem Bus fahren, ne? Mein Bus? Ja. Die sind ja zu groß. Die sind ja zu groß. Machst du denn Kleine, je? Die ist alle aber klein. Einfach Blonde, ne? Mach ich auch nicht. Schwarze? Schwarze? Ja. 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 Mach ich auch nicht. Du hast ja keine Ahnung von Frauen. Du hast ja keine Ahnung von Frauen. Ich bin 30 Jahre verheirat. Merke, datens. Drei Wochen? 30 Jahre. 30 Jahre? Oh ja. 30 Jahre verheirat. Hehehe. Wie lang musst du denn noch? Noch mal eine Twister, ja? Ja, lass mal eine Twister. Los Gorn-Liverpool. Wat is dat dan? Das heisst Englisch. Ja. Wat heisst dat dan? Los Gorn-Liverpool heisst dat. Die ist noch schwer obzack. Ze spielt noch immer Fußball und fährt auch Motorrad. Wo doch dat Motorrad? Und wenn die Sohn mit 80 Sachen rast durch Stoffverkehrt, dann jutsen auch die Strasse-Benz vom Ofenhinger her. Tante Anna, die ist wieder da, auf die Enko-Vita-la-la-la-la-la, mit 70 noch im Mini-Hürok. Läuft die Ören wie ne Hippepoch, läuft dann Papestetat. Wer weiß, wat dat noch weh'n soll. Da, 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 da. E bisschen Läuftrin, ja? Für Wochen is uns aus dem Zoo nen is so e Dusche-Brand. De kommet hot und hu alle durch Strasse-Brafje ran. Is it jetzt jod? Da wo doch der Essel, du Essel? Da is die ganze Nummer kapott, Mann. Do sprung und stand vom Motorrad und stau sich in der Weg. Do het dat dir von looter Schreck ne Nervenschock gekreht. Tante Anna, die ist wieder da, auf die Enko-Vita-la-la-la-la-la-la-la. Mit 70 schon noch im Mini-Hürok, läuft die Ören wie ne Liebepoch, läuft dann Papestetat. Wer weiß, wat dat noch neid soll. Zwei Mädchen mit schwarzen Masken und bis Dürcher in der Hand. Die Maten öffnen über E-Fall und schnappten sich und stand. Die Hand und stand noch nicht gekannt, sonst hätten sie das nicht gemacht. Die zwei, die haben sie hing er her in der Krankenhaus gebracht. Tante Anna, die ist ein Doppel, die ist ein Doppel, die ist ein Doppel. Mit C-C-C-Long, mit Niedelung, mit Vier und Dillen, die Fein verbringt. Die Wann war bester Doppel, die ist ein Doppel, mit der Zoll.